Alle Smart sind gleich? Stimmt nicht! In der RAFAI Smart City Nedderfeld und in der RAFAI Smart City Wandsbek können Sie die ganze Smart-Vielfalt erleben. In beiden Smart-Centern bieten wir das volle Serviceangebot mit Fachberatung, Werkstatt und umfangreichem Ersatzteile- und Zubehörverkauf. Unsere Kundenberater helfen Ihnen, damit Sie nicht den Überblick verlieren. Denn Sie werden mehr Fragen haben, als Sie glauben. Welche Felgen, welche Farbe, welches Fahrwerk? Der Weg zu Ihrem individuellen Smart kann ganz schön weit sein und ganz viel Spaß machen. Ihren Führerschein sollten Sie auf jeden Fall dabei haben. Denn erst im Hamburger Stadtverkehr ist der Smart so richtig in seinem Element. Oder suchen Sie einen Gebrauchtwagen? In unserem Gebrauchtwagen-Center in Hamburg-Nedderfeld haben wir ständig mehr als 100 Smart im Angebot. Und auch den passenden Jahreswagen können wir Ihnen kurzfristig besorgen. Tauchen Sie ein in die Smart-Welt. In der RAFAI Smart City in Wandsbek und in der RAFAI Smart City in Nedderfeld. RAFAI Smart City Hamburg Die Smart-Kompetenz in Hamburg seit 1998. Untertitel. Untertitel. € Untertitelung des ZDF, 2020